was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute begleite ich mal über einen tag von mir und ja ich liege hier noch im bett leider und ja jetzt einkaufen und dann sehen wir uns später ich bin jetzt wieder zurück so leute wir sind gerade auf dem weg in den park und wir gehen jetzt mit dem mit dem hund spazieren und ja den hund sag ich euch später so hatte ich fühle mich jetzt ein bisschen die gegend ja aber sie geht auch schritte das funktioniert nicht so ganz es reicht so fast dann muss ja mehrere so leute wir gehen jetzt durch die stadt und durch die stadt in den park wir sehen uns im park so leute wir sind jetzt im park da ist der park da hinten ist der spielplatz irgendwo da und ja ich fühle mich jetzt noch mal den park bis später so leute wir gehen jetzt mit dem hund zu dem bach hier hier hinter dem busch ist ein bach und da gehen wir jetzt hin so leute wir gehen jetzt hier diesen weg runter und da ist gerade ein auto vorbeigefahren und ja wir gehen jetzt den weg runter hoffentlich lege ich mich nicht aufs maul so leute wir sind jetzt hier am bach und falls sich wundert warum er in karte ist wir gehen jetzt da hinunter so leute wir sind jetzt hier am bach und falls sich wundert warum er in karte ist ich war so doof um den self ist dick zu verdienen und ja da ist der da ist der dieses wasser geht in die trau ich weiß das wenn ich nicht dumm bin ok bis später so leute wir gehen jetzt wieder zurück hier riecht nach scheiße weil hier scheiße ist so leute wir sind jetzt auf dem weg nach hause oder wieder durch die stadt oder auch nicht ok was war das bitte gerade so leute wir sind jetzt auf dem weg zu unserer alten schule und auf dem weg dahin sehen wir noch meinen alten kindergarten der was umgebaut wurde zum anderen kindergarten ok so leute wir sind gerade beim kindergarten vorbeigegangen aber ich möchte nicht zeigen wer sonst wisst ihr wo ich bin oder wo ich vielleicht wohne ihr könnt meinen weg zurückverfolgen also das möchte ich nicht also ja wir sehen uns später ok leute wir haben es jetzt 18 u 2 und wir gehen jetzt nach hause und ja da melde ich mich wieder bei euch so leute wir haben uns nochmal die powerbots geschnappt und fahren jetzt noch ein paar runden hoverboard dann gehe ich das video schneiden und ja ihr seht jetzt eine art timelapse wenn ich das hinbekomme so leute das was jetzt mit diesem video es ist 18 u 28 und ich möchte das video noch heute rausbringen also bis zum nächsten mal ja bis zum nächsten mal lassen daumen hoch da abonniert mich und aktiviert die glocke und ja bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal